Es kursierten dann ganz schnell Adressenlisten von der BRD, Frauengruppen in der BRD. Und es war dann zum Glück so, dass unsere Wohngemeinschaft die Adresse war, an die die Briefe geschickt wurden. Und so war ich dann auch immer informiert über alles, was dann ankam. Klar, das war die Frauenbewegung und wir waren Teil davon. Wir tun uns zusammen, gemeinsam sind wir stark.